Hi, mir ist aufgefallen, dass es hier dieses Handbuch für den Akku Drehschlag Schrauber 20 Volt, hierbei handelt es sich um die Performance Variante, dass es dies nicht online als PDF gibt und deswegen versuche ich dann quasi auf diesem Weg den Leuten, die vielleicht gerade dieses Papierhandbuch nicht zur Hand haben oder die Leute, die sich vorab informieren möchten, Zugang dazu zu verschaffen. Hierbei handelt es sich um den PASSP20-LIA2 mit der IAN 364892-2101. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.